So, hier einen kleinen Film von der Luna, die eigentlich hier Tegler hieß. Sie ist vor einigen, vor zwei Jahren ist sie adoptiert worden und ist jetzt wieder zu uns zurückgekommen und sucht ein Plätzchen. Sie ist eine entzückende Spinone-Hündin, mittelgroß, 50 cm, verträglich. Sie läuft in der Gruppe. Bei Hündinnen könnten auch die Sympathie ein bisschen entscheiden, da muss man schauen. Hi, Yeniko. Sehr freundlich und sehr lieb mit Menschen. Also, eine ganz, eine süße Maus ist das. Hat sich gut hier wieder bei uns eingefunden. Geh, Schätze? Hier, komm. Hier, komm. Ja, komm, komm, komm. Ja, so fein. Ja, so eine feine Biste. Süße Maus. Und wir kommen, wir kommen, wir domesticieren. Und wir kommen, wir kommen also an? W��